Also, nehmen wir einmal an, das Internet sei ein Kuchen. Nein, ähm, das trifft es nicht ganz. Nehmen wir an, das Internet sei eine Bäckerei. Und jeder möchte ein Stück von diesem oder jenem Kuchen. Irgendwann werden die einzelnen Kuchenstücke immer dünner und sehen etwas seltsam aus. Und jetzt nehmen wir einmal an, der Internet-Bäckermeister hätte sich über Nacht viele neue Kuchen und andere Backwaren ausgedacht. Jetzt kann sich jeder endlich genau das Stück vom Kuchen aussuchen, das er möchte. Natürlich ist das Internet keine Bäckerei. Und Sie wollen ja auch keinen Kuchen, sondern möglichst viele Besucher auf Ihrer Website. Daher die gute Nachricht. Das Internet steht vor einer Revolution. Demnächst wird es über 1000 neue Domain-Endungen geben, wie zum Beispiel .web, .shop und .berlin. Es wird also neuer Platz geschaffen im Internet. Sie haben dann bessere Wahlmöglichkeiten bei der Namensgebung. Denn Ihr Unternehmen profitiert von einer oder mehreren einprägsamen Internetadressen. Und nicht nur die Internetnutzer, sondern auch die Suchmaschinen werden die neuen Domain-Endungen lieben. Auf uniteddomains.de können Sie schon jetzt die neuen Domain-Endungen kostenlos und unverbindlich vorbestellen. Mehr als eine Million Vorbestellungen liegen uns bereits vor. Nutzen auch Sie die Chance, sich ein schönes Stück von den neuen Kuchen zu sichern. Mehr als ein business nicht ginge. Tut mir gesagt. Nein, das würde mich ihre thickness ansehen. Das bitte sieht gut. Bis zum nächsten Mal. Deine Die Chance Vielen Dank.